Hi Leute! Herzlich Willkommen zurück bei Minecraft Story Mode! Ja, wir waren hier stehen geblieben, dass wir raus sind! Und jetzt... Oh! Elegard und Magnus sind auch schon da! Äh, ein Glück, dass wir... Warum haben die uns im Stich gelassen? Ja, ja! Oh, weg! Wow! Der Ex wieder streit! Ja, aber warum? Ja... Das geht in die Hose! Jetzt komm... Mach die Bombe klar! Mach die Bombe klar! Oh! Was? Was? Ähm, die machen alle einen Rückzieher, wetten! Ich wollte nie einen Held, das ist meine Chance! Ja... Ja... Weil es hätte eh kein anderer gemacht, das ist klar! Es hätte keine andere gemacht! Die E-N-T! Die E-N-T! Ja, dass nämlich DIE sich nicht getraut haben! Ah, das kann man ja aussuchen! Ähm... Ich würde mal sagen, Magnus Rüstung, weil er ist der Schorko! Also... Er hat wohl auch so mit TNT viel explodieren lassen! Also... Denk ich mal, ich nehme einfach mal seine Rüstung! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! ich mir noch gemerkt habe ich inwiefern die mit konstrukten das aufhalten wollen also bis wir ablenken wollen daraus die husten und so ja da geht das erste konstrukt wohl schon dahin von unseren leuten nicht gut merken ist ja trotzdem seine rüstung an das ist interessant zack schwupps klack 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 zack zack kontrolle ein grad ein bisschen so und so vom midi bomb ist fertig oh nein nein das ist ungünstig oh wei das ist heftig wie kommen wir jetzt ja er wird natürlich der folge treffen wenn wir seine rüstung jetzt annahmen zack 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 das ist aber schon cool gemacht ja dass wir jetzt quasi im flug zack nochmal die vom midi bomb bauen wow großes f cool vom midi bomb zack ahhh ich denke die explodiert wenigen sekunden die ist noch davor explodiert oder die ist doch jetzt noch genau davor explodiert vor den seiner schnauze es sei jetzt sehr danach aus dass vor der schnauze explodiert ist ui oder auch nicht er stürzt zu boden der wisersturm der wisersturm ich kann nicht glauben es ist tatsächlich tot du hast es getan jesse du hast es tatsächlich getan nicht dass ich sagen dass ich dich schäuze aber ich habe etwas getan aber jetzt habe ich nicht und ich werde nie wieder ich weiß dass es nicht einfach war aber äh ohne euch wären wir eh nie so weit gekommen weil ohne die wären wir hier nicht hergekommen ah ruben high five bengel nein oh doch auch sache nicht aber ich denke mal es wäre elegot an der stelle dann gestorben ja 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 Einfach mal danke für alles, ob er nicht wirklich viel getan hat. Also in unserer Gesellschaft. Wo kommen die jetzt alle her? Wie soll das denn gehen? Wie darf es denn das denn gehen? Tod. Tod. Also jetzt offiziell ein Mitglied des Orden des Steins. Tod. Bin ich mal gespannt. Wir als Jessie, dem die Platz einnimmt. Hier, der ist eingeklemmt. Ich dachte, es sah gerade so aus, als ob die alle eine Glatze hätten. Lass mich raten, wir finden auch Gabriel. Die haben echt alle die gleiche Frisur. Gehen wir alle zum gleichen Frisur, würde ich mal behaupten. Der ist noch am Leben, würde ich gerade sagen. Oh, nein. Wow. Was ist jetzt los? Ähm. Warum saugt er uns an? Gariel. Gariel. Ich wusste, dass der noch da ist. Oh, der hat aber auch die Bröserkrankheit. Der sieht auch so blass aus. Das Ding steht wieder auf. Das Ding steht tatsächlich wieder auf. Nur wegen diesem Kackbefehlsblock, den Ivor gebastelt hat. Das sind diesmal drei. Wir haben sie geteilt. Gabriel, let's go! Wie geht das denn? Was? What? Jetzt kann er sich nicht mal an sich selber erinnern, oder wie? What? Das kann noch nicht sein. Das ist übel. Was? Das ist eine, die Weile des Todes. Whit. Erskilt die Wirkung! Was ist so! Erskilt das ganze Schreck. Und seineánze. Was? Schritt nach der Kriste. Der. 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 Durch die. Der. 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 so ein letztes mal wir haben doch ja sind da erst bei episode 4 aber ich und 63,400 spieler habt euch in der mühle für eure freunde entschieden sorry fürs kennen sorry so wenig leute haben ruben einen high five gegeben interessant ja nur gut dann war es eine kurze folge soll mir recht sein wir haben episode 3 abgeschlossen am allerletzten ort es geht dann im nächsten part weiter mit der vierten und vorletzten episode oder das sind doch doch das waren fünf ja komm ich will nur mal gucken wie die heißt das waren aber fünf das waren doch aber hey zwischen block und ambos und dann was darf sein ok erschein setzmann eiver retten möchte aber lukas ist ja auch wieder da ok dann geht es in der nächsten folge bei der episode zwischen block und ambos weiter danke schön fürs zuschauen ich hoffe ihr den spaß wenn ja däumchen hoch beim nächsten mal enthalten haut rein